Was geht ab Leute, Frips ist hier heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um den Fortnite Gegenstandshop vom 21.01.2022. Ich bin soweit gespannt, ob heute etwas Neues reinkommt. Gestern hatten wir so zwei Kleinigkeiten, die neu waren. Heute schauen wir uns das Ganze mal an und tatsächlich eine neue Sache bzw. ein neues cooles Paket haben wir am Start, doch wir schauen uns das Ganze gleich genauer an. An sich an Paketen hat sich hier soweit nicht viel geändert. Die Iconics Sachen sind weiterhin vorhanden. Ich würde sagen, wir fangen im täglichen Bereich an und arbeiten uns weiter. Hier haben wir so einige Skins und Emotes, Musik und Gleiter. Die Musik ist von gestern und Dance Monkey ist auch von gestern. Was Neues ist bzw. was wiedergekehrt ist, ist die Röstlichkeit. Fangen wir mal bei Haim und Bryce 300 an. Bryce ist auf jeden Fall nach 66 Tagen wieder zurückgekehrt und Haim ist nach 16 Tagen zurückgekehrt. Dann, wie gesagt, haben wir die zwei Items, die bereits da waren. Röstlichkeit gibt es auch noch. Glatt vergessen ist nach 52 Tagen wieder zurückgekehrt. Der Gleiter nach 16 Tagen. Dann geht es einmal nach oben. Wir haben hier auf jeden Fall Sergeant und Grillgeneral Brutzler am Start. Beide nach 63 Tagen zurückgekehrt, inklusive dem Emote hier. Dann geht es einmal weiter rüber zu Kuschelbeauftragten. Die ist nach 65 Tagen wieder zurück. Kann man sich auch genehmigen. Meiner Meinung nach schon relativ ausgelutscht. Dann kommen wir heute zum Marvels Hawkeye Paket. Und zwar kommt ja eine neue Folge von Hawkeye bzw. ein neuer Film von Hawkeye raus. Und hier haben wir jetzt sozusagen schon ein paar Skins dafür erhalten. Sieht auf jeden Fall schon richtig nice aus. Ich finde beide Versionen richtig cool gestaltet. Dann haben wir hier mega nice Spitzhacken noch zusätzlich und einen richtig coolen Gleiter. Wenn man da Bock drauf hat, Freunde, kann man sich da natürlich gerne genehmigen. Ich, wie gesagt, finde, dass es mega cool ist. Und würde mir das Ganze auch zulegen. Ich kann es euch nur raten. Eure Meinung dazu gerne natürlich unten in die Kommentare. Ich würde mich dann aber soweit hier an der Stelle natürlich verabschieden. Und würde sagen, Freunde, soviel zum Video. Lasst gerne einen Daumen da. Vergesst nicht zu abonnieren, den Glock zu aktivieren. Ich bin raus. Haut rein. Geht mit dem Flow. Euer Fraps. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.